jo leute und damit willkommen zu das minecraft team mit flash mit black hallo und mit dala bar war oder auch tony ja du fotze ja wir spielen nach langer zeit das minecraft team wieder aber diesmal mit anderen leuten und ja und wir zocken das modpack monster wir haben keine ahnung was nicht glücklich die wandtaste auf 1 64 gab es noch nicht was man hier mit den ganzen holzarten machen soll es gibt es gibt hier holz wenn du das abbaust das explodiert ist ja geiles holz ja hier ist normales holz mit strahlenden burschen guck hier auch was für holz die ganze zeit ist ja voll heftig oh centros weißt dass das problem ist der nimmt die voxel punkte von hast du die waypoints von dem voxel halten ich hab das holz mit dem das explodiert gefunden ich merke gerade ich habe meine controls auch noch nicht eingestellt von der karte alles klar dass ihr solltet nicht das fusewood ja ich wollen okay es ist das hat das hat pinke blätter oben ich andauernd schon wieder angeschrieben wird ne hast du ein descounter drinnen ja das kommt alles drin ok kannst du gleich schon den ersten punkt verziehen bei mir boah wieso sind die ganzen dinge hier eigentlich noch drin weiß ich nicht aber ich werde kopf von der spinne verfolgt yolo ok lass ich noch drin boah wieso schreibt er mich jetzt schon wieder an ja boah ja lass dich doch nicht anschreiben ja ne muss ich gerade echt machen mitten in der aufnahme ja von wem denn von futilo futios oder futios für der den server zur verfügung gestellt ja dann hättest du auch später machen können ja nein er hat mir gerade eine datei geschickt die hoffentlich kein sound drin hat wenn ich die jetzt öffne so am besten diesen scream da auch wir haben ja das sieht doch geil aus boah da will ich zum 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 zu so schwein ich meine schweiny schwein ich meine scheine ich habe meine sterbe schweine ich kann nicht steh» schwein ist tot wo zentos sie macht man das inventory cackzeug weg weil der bei mir ist das in aktiv ist ja dieses neue kack ding heftig jolo und sorry ich muss nur kurz ausklären noch zentos nein so ich habe ihn geschrieben dass ich jetzt mal aufnehmen du musst ganz normal unten auf options gehen und dann immer und darüber stellst du das dann ein was wissen weg haben schon gut okay aber hast du wie ich meinte jetzt na ja alles klar er weiß bescheid und jetzt bin ich aber ihr baut bloß keine regenbogenbäume ab weil das fängt so an zu legen weil da eine farbe rauskommt da kommt farbe raus aus den blättern meinst du da kommt farbe raus ja aus den blättern heftig alter krass aber kann man später irgendwann machen ich hätte eigentlich ziemlich gute behausung hier so gefunden dies auch ziemlich aber zum glück hat der server genug naja sicher dass er genug hat 8 gb alter bist du sicher dass das genug ist ach ja da kommen aus allen blättern überhaupt farbe raus naja bisschen ich weiß nicht wie ihr gerade durch die gegend rennt aber das leckt so ein bisschen ok kommen wir zu den koordinaten minus 60 9 plus 100 90 nein nicht so weit auseinander rennen boah das ist blöd man muss echt normales holz finden also dass man noch verarbeiten kann ja hier geht natürlich mal links davon was ist firewood ich will nicht brennen das wäre was wenn du mit einmal anfängst zu brennen wenn du firewood abbaust ja hier ist oakwood das kann ich auch abbauen ja so ruhig wohl nicht wahr kann man so abbauen wie gesagt aus allen kriegst du aus den bunten blättern kriegst du farbe raus sind das also ein texture pack ja habe ich ja ich habe es genommen das ähm fex wieder das was ich dir die kopie die kopie von der kopie von der kopie die nicht nur nicht gelungen ist nein einfach noch alles fix das ist monster pack monster pack hat auch updates drin und du kannst ja auch von dem 4dp's launcher so herunterladen den habe ich auch drin habe ich auch aber benutze ich nicht das geld muss ich noch mal das heftige ist wenn du tiere und so an hast das ist ja alles voll auf der karte aber ich muss ja ich meine die vaporen flaschen kann ich gerade machen so halte kuchen paul ist noch da ist ja das ist krank und sind ja gegen gekommen ich frage mich das auch heute ich weiß das nicht alter wie viel holz ist hier richtig meine axt ist schon fast kaputt weil ich habe alles und ich habe alles runter geschmissen gehabt ja dann außer das von der voxel das voxel übernommen an die gleiche ip ne ja vielleicht deswegen gespeichert toll komm die nerven ich löscht jetzt mal habe ich gerade auch schon zack zack die alte nicht mehr am anfang kann man nicht doch doch ich häng hier vorne noch um nein was denn ist es draußen ich sitze mich fast vom fenster ist immer dasselbe abschluss ist bei uns deswegen wir rasten alle gerade richtig aus hier bei löschen löschen und löschen was soll denn hier eisen new waypoint home zack zack was machst du hier eigentlich schon alles wissen wer meins mein holz ich hab 14 schweinefleisch also bitte ich hab 12 steaks und 15 schweinefleisch ich bin schon wieder so am essen machen nach ich habe gerade noch kein essen ja lass mal ein viertelprogramm alter fünf fehler aus einem chicken danke jeden fall aber noch brauche ich nix zu essen so wirklich habe ich ihnen habe ich ihnen eben erst mal holz geklaut dass er fein gelassen hat das gemeint mag dich nicht mehr tanzus ist böse ich doch nicht tony komm tanzus ist böse lass woanders hingehen tschüss tanzus ich werd mir das überlegen ne hau ab ich hab übernennstack aufgeworzt äh von einem einzigen baum ja ich gleich auf marvel getroffen ist klar ja ich war es da runter ist hier irgendwie n n cutter drin woodcutter mod wir müssen auf jeden fall smatery bauen ja wo bist du hingegangen tony ja was wir eigentlich mal machen sollten fast am spawn also beim fluss schafe töten ja ich weiß schon eine warum für betten grad voll warum töten mann ich schere bauen vielleicht ja ich hab schon vier und vor allem droppen die schafe jetzt auf fleisch boah alter so nur seit dem neuen schafften und vor allem beginnt grad bei mir wieder die grafik bugs sagt mal eure koordinaten an damit ich denken aber nur von den tieren ach so ja okay dann muss also ich wollte kommen ja aber wir sollten mal erst mal alle schlafen gehen ja ich habe keine rolle ich habe drei wollen hier in so viele schafe rum egal anstatt man die wirkt bei den stadt zu lassen ansonsten gehe ich halt kurz raus und dann schläfst du und dann komme ich wieder rein pick dich mal immer vor allem wieso rennt ihr dann so weit weg zwischen schlafen ich bin voll in der nähe ich bin auch voll in der nähe deswegen frage ich ja nach den koordinaten boah ey du hesslinger zombie verpiss dich was sei denn denn spawnen stirbt da toni toni hinter dir bei bei alter das sind nicht die schwachen warte ich kann nicht sprinten ich muss ich muss meine neunze fleisch um hier habe ich habe ich habe bank geil habt ihr denn jetzt jeder im bett was nicht wollen ich habe ich mache gerade ein bett für die fleisch ich habe auch wolle ich kann für toni mich machen ich kann für toni mich machen das schlimme ist das recht euch nicht auf der karte an ich weiß gar nicht wo ihr seid sie notiere ich sie notiere critical da ist die zentos wollen wir das haus in den baum rein bauen erst mal oder wie wollte ich da eigentlich aussagen ist besser ne aber erstmal tag machen ich habe da schon eine kleine höhle mit kohle gefunden wo ist die workbench habt ihr gehabt da hinten aber da ist auch ein bett zwei stück stehen da doch stand schon eine kraft hier habe ich gerade eingestellt da steht aber auch schon eins ja wir haben noch gerne bitte mein holz geben welches holz welches holz ich habe nur noch fünf stück würde ich jetzt hallo toni du hast noch ein holz hast noch ein holz ich habe anderthalb stacks rohes holz ja wirken einfach mal eins zu ein normales ein normalerweise oder so leftest du jetzt flash hä ja weil es mit der kräft ja keiner hier ich lag doch gerade drin vor allem weil leg dich mal wieder hin jetzt brauchen wir eigentlich nur zwei schlafen gehen jetzt hier ist der mod darauf dass nur so und so viel schlafen müssen wollte die ganze zeit schlafen gehen aber irgendwie hat das nicht funktioniert ja der macht nicht wolltest du das dann machen black mit dem baum da was mit dem baum ja das man da alles rein stehen kann und so ich würde sagen ich war einfach mal mit dem black hier zusammen hier so ein steppes gelett bauen wir in den baum rein hier ja hilfe wir bauen in den baum rein hier 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 komm mal rein das scheiß kwerbel wieder heftig ein bett ein heftiges bett fuck ey lass uns den baum erstmal so so grundriss mäßig aushören ich wollte mich gerade runterkramen und was ist ich falle in die höhle ein zwei zwei joker ja ich weiß mach mir mal lieber ein paar steinwerkzeuge tschüss 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 weil ich wollte dann erstmal nach ersten suchen gehen ey Toni gib mir mal das holz was du bekommen hast was alles raus brauchst du genau das holz gerade ich will kurz was ausprobieren guck mal das bug also das bug das ist scheiße mit den bugs gerade bei mir oh yeah man ich will noch nicht sterben hehehe weil mit dem mit dem die debat nein wirklich nicht flash ähm du glaubst hast du gerade gesagt ne mhm könnte passieren könnte passieren ich mach mal ne fackel äh Toni hast du gut am garfakt ja ich hab 3 cola ja ok dann mach mal ring 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 jetzt schreien die nächsten gleich ja mhm toll ein esel so boah lass mal die beiden bäume verbinden und vor allem Tamsen vielleicht gehen in den Baum und Toni ich gehen in den Baum äh was ist das denn hier und dann verbinden wir die mit so ner Brücke ja aber ja dann können wir eigentlich komisch oder wir bauen können ja dazwischen oben ne Plattform bauen jaja also ich würde das dass wir da dann ins Gemeinschaftshaus hinbauen in dem Meer also auch aus Style ja aber oben in der Luft dann ne ja ja dann muss man sich aber dementsprechend noch hoch bauen hehehe in dem Baum wir können noch Elevator machen ja aber dafür haben wir noch nicht die Ressourcen ja Wolle haben wir schon aber wir haben noch keine Enderperlen dafür hä wir haben ja hier ein bisschen Platz im Baum Elevator? ja macht doch einfach ein Elevator macht doch einfach mit in meinen Cuts ja dann ich ja